Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 21. Juli 2021 und unser DAX hat zum Dienstag sich hier ein bisschen auf die Plauze gelegt. Der hat Fauler Berg gespielt, könnte man sagen, als quasi den Eröffnungsstamm, die erste Kerze einfach mal quer hingelegt und ist dann den ganzen Tag drauf rumgerubbelt. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass der Dienstag ganz gerne mal ein Aufwärtskett bringt, entgegen der Erwartungen halt. Viele denken, da kommt es runter und dann kommt es aber nach oben, dass er das vielleicht noch machen könnte, das aber schon so 230 reichen würde. Man hat gesehen, dass er dort ein bisschen sperren wollte, aber er ist dann durchgegangen und auf die 3.10 oder zur 3.10 ran, hat ihn nicht punktgenau getroffen, ist ein bisschen vorher gedreht und hat dann schon mal Anlauf genommen nach unten, ist aber noch nicht durchgekommen, ist noch nicht unter das Tief gekommen und hat auch demzufolge die 59 da noch nicht in Schlagweite gekriegt. Ich habe jetzt so vom Feedback, was viele gebracht haben oder wie viele jetzt aufgetreten sind, schon ein bisschen, ich würde nicht sagen, wieder einen leicht kontraindikativen Touch drin, aber es ist schon so, dass diejenigen, die den Markt oben wollen, hier jetzt ganz laut geworden sind, und wenn ich den Chart angucke, haben die eigentlich dazu nicht so viel recht. Also klar kann man sagen, die Amerikaner sind super wieder hochgekommen, aber die Amerikaner sind auch nicht gravierend weit runtergekommen halt. Also man kann ja nicht sagen, dass die sich da großartig die Beine gebrochen haben. Unser DAX, der hat schon andere Signale gesetzt wie die Amerikaner und unser DAX kann auch fallen, während die da seitwärts laufen. Also der würde ich jetzt nicht zu sehr von dem einen auf das andere schließen. Freilich kann er noch weiter in seine Erholung gehen, aber ich würde ihn, das zeigt sich eher immer aus, den Markt immer für sich zu betrachten halt. Und wenn ich das bewerten müsste, was ich im DAX jetzt hier bewerten muss, oder was ich sehe, sagt man es mal so, dann sehe ich, dass der richtig auf die Schnauze gekriegt hat am Montag und am Dienstag. Außer in der Eröffnungskerze, nicht großartig viel hingekriegt hat. Also er hat vermieden, dass er neue Tiefs geschlagen hat, ja. Aber, also, eine V-Erholung ist das nicht. Ausgekondert hat in den Vortag auch nicht. Das erste Erholungslevel bei 3,10, nicht geschafft. Kurz vorher gedreht, das zweite bei 4,60 Meilen weit noch entfernt gefühlt. Also, mal so ganz trocken gesagt, ne. Was hat er denn hier gemacht? Er hat die letzten zwei Stunden hier, wo noch Antrieb drin war. Die hat er auskondern können. Aber das ist, hm, das ist schon, der hält sich hier schon noch eine Hand offen. Das muss man ganz klar so sagen. Also, technisch betrachtet entsteht so ein Bild, wenn von oben kommt in die Erholung rein, Leute aus uns halt Positionen abbauen, große Leute, ne. Die, die auch was bewegen, haben hier Positionen reduziert oder vielleicht sogar Short-Positionen aufgebaut. Ne, in den Anstieg rein. Trotz, dass die Amerikaner voll nach oben durchgezogen haben. Und das kündigt in der Regel eigentlich auch noch mal ein bisschen Aktionismus auf der Unterseite an. Jetzt haben wir dazu nicht viele gesehen, die hier geschrien haben, oh Gott, ähm, ähm, äh, schön und das ist alles traumhaft und wir werden morgen 14.800 sehen. Wir haben eher mehr Leute heute gesehen oder auch ich, die total übermütig gleich jetzt hier mit Allzeit hoch und alles kontert direkt zurück und das ist doch so easy wie nie und long rein und so weiter. Hm, 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 finde ich auch bis, weiß nicht. Also, ich sehe, dass der DAX nicht doll stark rausgekommen ist. Ich sehe, dass die Leute ihn behandelt haben, wie als hätte er heute, weiß nicht, tausend Punkte nach oben gemacht. Und von daher würde ich jetzt so sagen, so rein aus dem, aus dem, aus dem Zusammenreiben, was wir immer machen, dass zum Mittwoch auf jeden Fall unterseitig nochmal Platz einzuplanen ist. Wir gucken auch mal gleich in den Tagesschart noch rein, weil wenn ich hier sehe, 2.57 und wir haben gestern gesagt, wenn er unter 300 bleibt, unter dem unteren Tagesband und dann hält er sich die Linie nach unten offen, dann ist das nicht, ist der nicht am Band drin, da brauche ich gar nicht gucken. Also, komm, wir können gucken, aber wir haben es gestern gesagt, ach, 300, 310, 300, was haben wir gestern gesagt, weiß ich nicht. Der kann nicht drin sein und ist er auch nicht. So, das heißt, unser DAX liegt noch unterhalb aus dem Bollinger Band raus, hier eine kleine grüne Inside-Day dann hintergestellt und von daher würde ich sagen, sollte man hier unten den Kerl noch nicht das Risiko abschreiben. Also, ich würde es noch nicht vernachlässigen. Ja, ich würde ihn noch nicht abschreiben. Das ist zu verhalten gewesen, dass er zurückgekommen ist. Die Amerikaner haben es vorgezeigt, wie es aussehen kann. Es gibt viele Indizes, die direkt den Montag komplett ausgekontert haben. Der DAX hat das nicht. Und offenbar, weil man Titel im DAX nicht unbedingt haben möchte im letzten Run nach oben. Ja, und das kann auch dazu führen, dass da eben, wenn es dann drüben auf Übersee auch mal wieder wackelt, der hier gleich noch mehr abgibt. Ja, also, der hat sich jetzt erstmal wieder auf den Trigger zurückgekämpft, aber das Spielkämmer, das macht er immer wieder an den Triggern, ne? Also, egal wo, das dauert immer eine Weile, bis er die richtig ausfährt, ne? Oder dann wirklich irgendwann mal wegkrepiert. Aber ich würde ihn noch nicht unterschätzen. Also, wenn der mir zum Mittwoch jetzt von Anfang an nach unten durchtreibt, ohne, dass der großartig über der 3.10 rumturmt, dann ist er nach unten wieder offen. Und da sind wir bei dem gleichen Thema wie Montag. Ja, das muss klar sein. Punkt. Ja, und dann reden wir wieder über die großen Punkte, die hier bei 8.10 sind, 8.30, 8.10. Wir reden über die großen Punkte, die auch in meiner 200-Tage-Linie liegen. Wir reden über kleine, kleine Zwischenpunkte um 15.15. Das ist alles erreichbar unten halt, ne? Also, wenn der jetzt zum Mittwoch nach unten wegtreibt, von Beginn an, ohne dass er vielleicht das Montagshoch auch gravierend überschreitet. Und selbst, wenn er nach der Vorlage jetzt hier an die 4.60 rankommt, hm, 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 könnte ich mir auch vorstellen, dass man den von da oben wieder runterdrückt, ne? Also, so, hm, das sieht, also das sieht da einfach nicht nach einem Konter aus. Das ist auch formal, technisch, das ist kein Konter, was er gemacht hat, ne? Also, ich denke, da sind wir uns alle einig. Das ist schon sehr verhalten gewesen, wenn man einfach mal gegenüberlegt, wie es bei den Amerikanern aussah, ne? Da sieht man, wie es aussehen kann. Und das haben wir hier aber nicht gesehen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass da noch was nach unten, dass er noch nicht ganz fertig ist mit seiner Show. Ja, deswegen würde ich ihm das auf jeden Fall hier noch weiter zugestehen, dass er hier auch vielleicht am Mittwoch jetzt noch mal sich nach unten fühlen kann. Wird das mal drinnen lassen hier unten, ne? Dass er durchaus noch in den Bereich kommen kann. Die fällt natürlich jetzt immer weiter. Die ist jetzt schon bei 9.20 rum. Und damit ist der Bereich von 9.60 bis 9.20 hier weiter interessante Zielzone. Und natürlich 8.30 und so weiter und so fort. Wenn er anfängt, zum Mittwoch runterzutreiben, passt ein bisschen auf an den neuen Tiefs. Die wurden jetzt gekauft zum Dienstag. Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch zum Mittwoch macht, um erst mal abzuwarten, wie kommen die Amerikaner wieder dann. Und wenn die Amerikaner dann wieder so stark sind, dann zieht er sich wahrscheinlich wieder rein. Und dann baut er hier unten eine Range erst mal. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Zum Mittwoch hier einmal noch mal drunter stechen, dann erst mal wieder hoch und dann ein bisschen gucken, wie die Amerikaner drauf sind. Wenn die Amerikaner dann auch schwach sind, dann wird es dem Dach auch wahrscheinlich leicht fallen, die dann runter zu Out zu performen halt. Also dass er mehr Bewegung runter schafft wie die. Okay, das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist vielleicht so auf die Art, sich versucht, jetzt hier weiterzuentwickeln. Also erst zum Vormittag runter, vielleicht da einmal sogar drunter stechen unter das Dienstagstiefs, dann wieder zurück in die Mitte, warten, wie die Amerikaner drauf sind und dann entweder halt noch mal runter oder wieder hoch an die 13. Sollte der aber oben rumturnen und über die 13 nun auch hinaus steigen und dann bekommt er noch seinen Spielraum, den er ausnutzen kann, bis in die 4,60 rein. Ja, 4,60 bis 5,10, das wäre aber stand hier tatsächlich erst mal eine Short-Marke. Muss man schon so sagen. Einfach auch, weil das zu träge war halt. Also er ist hoch zu langsamer gekommen als runter zu und damit wäre das jetzt für mich erst mal nur ein Rücklauf, von dem man sich dann auch deutlicher wieder nach unten stoßen kann. Das heißt, so richtig positiv wird er halt erst, wenn er das, das hat man, glaube ich, gestern auch schon gesagt, wenn er das dann nach oben halt auch wieder richtig rausgenommen kriegt halt. Und im Zweifel ist das dann halt auch erst über 5,80, über 6,70, dann wieder alles frei nach oben raus. Aber solange der das nicht macht und sich hier unten nur so, hm, eher zur Seite orientiert, ist das für mich jetzt kein Auskont an der Schwäche. Es ist nicht nur für mich so, es ist auch technisch nicht so. Ja, also da sollte man aufpassen, dass man auch wirklich das handelt, was man sieht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig hier. Und das habe ich heute gesehen. Da haben viele den DAX bewertet anhand einer Leistung, die andere Indizes geleistet haben. Weil der DAX hat nicht viel geschafft. Das ist das Aufwärtsgap, war erwartet. Die 200, 230 war erwartet. 3,10 war dann so der erste Rücklauf, ist das gar nicht gekommen. Also er hat nicht viel geschafft. Er hat wirklich nicht viel geschafft auf der Oberseite von dem, was er hätte schaffen können für einen Kontertag. Also von daher bleibt man noch ein bisschen risikoavers, auch auf der Unterseite. Habt das ein bisschen im Blick. Das riecht mir ein bisschen danach, wie es kommt noch was. Also oberhalb von 3,10, ja, gut, okay. Dann orientieren wir uns Richtung 4,60. Ja, 4,60, 5,10. Aber wenn der, und der sieht so ein bisschen schon so aus, wenn der jetzt hier von Mittwochfrüh nur nach unten strahlt oder vielleicht sogar per Abwärtsgap wieder reinkommt. Also ich würde glauben, der sticht hier sogar noch mal unter das Dienstagstil, das erste Mal. Und Platz hat er aber. Okay. Damit können wir das eigentlich auch zumachen. Viel mehr können wir hier gar nicht sagen. Viel mehr kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, wir sind nicht weiter gefallen. Wir haben uns über den Trigger zurückgeschoben. Ja, aber für ein Umkehrsignal, also ein Umkehrsignal ist es noch nicht. Da musst du jetzt wirklich weiter arbeiten. Und das ist auffällig. Es ist einfach auffällig, dass er zu träge zurückgekommen ist. Und viele Sachen von denen gemacht hat, die wir eher für eine bärische Route beschrieben haben. Die Sachen für eine bullische Route. Hier auch Rücklaufziele rausschlagen, V und so weiter und so fort. Da ist ja nichts von gekommen. Und von daher weiß ich, das wird einigen nicht gefallen, was ich hier analysiere. Aber ich kann nur das analysieren, was ich sehe. Klar könnte ich jetzt sagen, die Amerikaner sind super stark. Der DAX wird aufs Allzeithoch starken. Aber das mache ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Und das bringt mir auch nichts. Das bringt mir keinen Vorteil, auf die Amerikaner zu gucken und auf den DAX zurückzuschliegen. Das macht er viel zu oft was anderes. Und von daher würde ich so einfach jetzt rangehen halt. Das haben wir, das haben wir. 3,10 ist oben wichtig. Über 3,10 Chance zu 4,60 und 5,10. Dort Risiko bleibt unter 3,10. Da sind bei mir die Risikoglocken noch an. Das muss ich ganz klar so sagen. Also ich mache damit hier zu. Drücke euch die Daumen für den Mittwoch. Wünsche euch viel Erfolg. Und dann schauen wir mal, wie es sich zeigt. Und wenn der hier schön nach unten wegstrahlt, keine grünen Kerzen generiert, dann plant er ein bisschen was ein. Nicht, dass ihr dann überrascht seid. Dass der plötzlich dann doch wieder ein neues Wochentief schlägt. Und alle gedacht haben, der steht jetzt am Allzeithoch. Das gibt für mich der Chartstand hier noch nicht her. Das sollte ganz klar rausgehen. Gut, dann machen wir hier zu. Ich wünsche euch was. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.